Was ist das für mich? Der Priam hat sozusagen einen neuen Mensch aus mir gemacht. Das ist einfach fantastisch. Ich genieße das. Das ist toll. Ich konnte wieder Äpfel essen, was ich die ganze Zeit nie essen konnte. Das war ein Traum. Das ist fantastisch. Ich habe mich immer gefragt, wie können die das machen? Wie schaffen die das? Wie soll das gehen? Aber die Leute hier, die haben einen Plan, die wissen genau, was sie machen. Das war fantastisch. Ich bin so begeistert. Das ist toll. Einfach toll. Die neu scene ist voll. Esath gehen noch ein roter Rast. Sollte gehen noch. Ich kann kurz nach lengthenotal走ern. Mein Herz, der in die Chance. Was da mal wiedergelebt? Vielen Dank.